Auf einem Flug von London nach Mumbai kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Co-Pilot und Pilotin, die die 324 Passagiere an Bord in Atem hielt. Beim Streit der beiden soll es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Der als Co-Pilot fliegende Kommandant soll auf die Piloten mitten im Flug eingeschlagen haben, worauf sie unter Tränen das Cockpit verließ. Daraufhin verließ auch der Co-Pilot das Cockpit, um die Pilotin wieder zurückzuholen. Damit war die Pilotenkanzel für einen Moment lang unbemannt. Der Grund für den Streit ist noch unbekannt. Beide Piloten wurden nach dem Vorfall vom Dienst suspendiert.